Hallo ihr Noobbüß, willkommen zu einer Runde. Paluten macht alles fertig, weil er geil ist. Geil-o-Matico. Okay, damit willkommen zu Bad Wars mit Paluten. Guten Tag. Ja, mein Körbisfreund, ne? Ich musste ganz kurz hier, hier war ein kleiner Intruder, hier war der gute alte Pederle, der auch mal wieder nicht die Klingel gefunden hat, sondern einfach reingeslurpt ist hier. Ich hätte ihn an deiner Stelle geschlagen, ne? Bitte? Ich hätte ihn an deiner Stelle geschlagen. Nee, 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 das wäre ja zu viel des Guten gewesen. Toll, jetzt müssen wir uns hier wieder rüber bauen, weißt du? Und wir sind gleich die letzten, die drüben sind. Echt toll. Ja, aber du weißt doch, die letzten werden die ersten sein. Ah ja, und damit, ey, übrigens, bei Paluten könnt ihr vorbeigucken, da kommt vielleicht heute auch gleichzeitig eine Folge on, vielleicht auch nicht, aber die kommt. So, gut bei Paluten, Ende. Guck mal, Paluten. Äh, äh, okay. Wie viel Jenny from the Blocks hast du denn noch? Zwei. Okay, okay. I'm right behind you. Mit einer richtig freshen Spitzhacke. Du saufst das nicht. Ich werde mal mit... Ich habe mich getötet. Jetzt kommen wir mal her. Oh, die grünen? Das ist auch ein kleiner Schlawiner. Ich weiß gar nicht, was mein Rekord hier ist. Ah! Ah! Nein! Nein! Okay, ich habe eine rote tot. Sauber. Aber das Bett hast du nicht bekommen. Nee, ich bin auch tot. Ah, du bist... Oh, okay. Deswegen musst du jetzt auf dich selber aufpassen, mein junger Padawan. Ja, ich... Mich hat es leider auch erwischt. Dieser grüne Schlawiner, der hat mich einfach richtig weggehobelt. Richtig weggehobelt? Ja. Der hat gedübelt bis zum Gehtnichtmehr. Gedübelt bis zum Gehtnichtmehr. Okay, ich werde jetzt schon beschossen. Wer hat denn jetzt einen Bohren schon? Weiß es nicht. Vielleicht. Houdini! Houdini? Houdini. Das sagen doch die Manager immer. Okay, ja, ich weiß. Die sagen doch immer Houdini. Das ist ein Zaunpaket, dass sie das sagen. Ja, ja, ich weiß auch gar nicht. Ich habe... Das ist einfach ganz normal von Specs. Benutzt du nicht auch Specs? Aktuell nicht. Ich bin gerade bei Grün so am Stösel. Ich sehe das schon. Ihr habt so ein kleines Stair-Duell da. Sieht immer ein bisschen aus, als hätte ich euch romantisch angeguckt. Okay, ich gehe mal davon aus, dass du das schaffst. Oh, da kommt ein Ruder. Ich hole mir einfach nur ein bisschen Gold. Warte mal, welche Farbe sind wir? Gelb? Okay, wir sind Team Gelb. Und Grün fliegt. Fliegt. Er ist geliebt. Das ist ja... Das macht mich wieder Sadness, Katniss. Das macht mich auch manchmal ein bisschen traurig, wenn die Leute einfach so... Einfach so das Game lieben. Ohne, ich habe nur immer das Bett abgebaut, weißt du? So, zack. So, ich hole mir jetzt erstmal Eisenbrustplatte hier, ne? Das ist mal der Eisenbrustplatte. Die geilste Brustplatte, die man sich machen kann, hole ich mir jetzt. Geilste Spitzhacke, die man sich machen kann. Ich werde mir jetzt ein richtiges Geil-O-Matico-Schwert holen. Oh, das Geil-O-Matico-Schwert, das ist heftig. Das ist das krasseste von krassesten. Das ist das, das von Kev gesegnet wurde. Das macht alles nieder. Ja. Ich meine, das ist ja nicht umsonst Geil-O-Matico. Oh, wir werden auf jeden Fall gerade... Blau scheint es auf uns abgesehen zu haben. Die schießen da von der Mitte irgendwie auf uns. Finde ich nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber der eine baut auch schon unseren Weg ab. Ja, und ich renne da drüber zu blau. Oh, da ist er runtergefallen. Der eine blaue zumindest. Ich hoffe, du kriegst sie trotzdem. Ja, okay. Ich sehe den einen gerade, wie er verzweifelt versucht, um es zu passen. So. Das hauenblau. Das kriegt ihr davon, dass ihr zu uns rüber wolltet. Weißt du, wir sind friedliche Menschen, Muri und ich. Wir wollen keiner fliege... Okay, wir wollen euer Bett, aber das muss man ja verstehen. Ich muss erst mein Leben regenerieren. YOLO MOLA DOLO. Oh Gott. Jetzt haben wir nur noch die roten Hummeln. Die ihr so ein bisschen beef wollen. Die eine rote Hummeln habe ich runtergeschossen. Er will mich unbedingt kriegen, weißt du. Ich sehe so, wie er mich so da hoch... So, hey, komm runter, ich mag dich. Hey. YOLO MOLA DOLO. Ich würde gerne ihn töten, weißt du. Wäre so ein Hobby von mir. Oh, jetzt... Geh ihm! Ja! Tot! Tot, 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 tot! Tot! Okay. Dann haben wir. Gut, wir haben jetzt schon mal zwei Farben weg, im Prinzip, obwohl nur die eine Farbe einfach geliebt ist. Oh Gott. Ihr Schweinchen! Bist du in der Meta? Echt bin ich in der Meta? Bist du's, Panu? Und komm, wir gehen mal zu, ähm... What? Oder haben die den Bogen? Äh... Ich... Ich konnte das auch nicht herausfinden. Irgendwie gerade nicht, nee. Warte mal, Vorsicht. Warte, ich mach mal Trick 65. Und zwar dieses Jahr, wo sie dann versuchen, mich... Oh Gott, Alter. Genau, das wollte ich machen... Warte, warte, das mache ich nochmal. Jetzt denkt er sich so... Oh ja, den kriege ich. Und dann mache ich einfach... Fuck! Ich wollte, wenn ich den Knobback... Was ich immer mache, mit dem Knobbackstick dann so runter, ihn dann schlagen und fällt da so. Und das habe ich einfach nicht hinbekommen gerade. Das ist... Warte. Ja, aber das war... Das war der Vorführeffekt. Muss man einfach so sagen. So, ich komme jetzt nur mit Blöcken und Knobbackstick. Das reicht. Er hat sich eine Treppe gebaut, der kann theoretisch zu dir rüber. Ja, das soll er ruhig machen. Bis er da ist, habe ich ihn gebo-spampt des Todes. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin hinter dir quasi. Ich sehe deinen Hintern quasi. Warte mal, ich mache einfach das hier. Ich baue mich einfach so ein bisschen zur Seite. Oh, da kommt er jetzt. Ich kriege da aber die Bogenschüsse des Todes. Meine Nächte... Oh, da kommt einer. Oh, 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 yes. Oh Gott. Da hätte ich mich ja fast noch erwischt, der alte Lumpy. Bibi! Ja! Jawoll! Ach, du bist so ein Tier. Ich helf dir mal ein bisschen. Komm, weg mit dir. Ja, schlag sie kaputt. Junge! Und sie wegkommt, Alter. Das ist mein Revier hier. So. Super Arbeit. Kriegst du von mir den Win der Woche? Oh, kriegst du alle weg. Aber GG Paluten. GG. Wir sind zwar alleine, aber egal. The Rizzle. Oh, das funktioniert. Ähm. Äh. Äh. Ich trau mich nicht, aber ich gehe mal da hin. Denn, wenn der Regen fällt, dann ist's... Hier heißt... Oh, hier ist Itz Kuchen LP. Oh, das ist ein krasser Dude, habe ich gehört. Wenn der Itz um Namen hat, muss er krass sein. Ja. Die Map hatte ich noch nicht. Die hast du noch nie gespielt, die Map hier. Die ist schön. Die gefällt mir. Wunderbar. So, ich werde mich hier direkt mal rüberbauen. Es gibt dann auch, wie man es so kennt, an der Seite ein bisschen Iron. Iron, iron, iron. Oh, die Mitte? Völlig überraschend. Wo ist die Mitte? Das Eider, oder was? Bitte? Wo ist die Mitte? Ist das dieses pink-lile Eider? Nein! Ich fall jetzt... Natürlich fall ich in das einzige Loch, was da ist, ne? Die Runde musste irgendwie... Oh, herrlich, Alter. Obwohl, das war ja nicht mal der Vorführeffekt. Aber es sah so geil aus. Bei sowas wünsche ich mir immer, ich hätte das mit aufgenommen. Weil du bist einfach so, so mit deinem glücklichen Skin, bist du so mir entgegengelaufen und auf einmal so, plupp, ist er weg. Ja, aber das war so klar, dass... Oh. Ein Team hat Gold gesaved. Okay. Ja, aber das wird Ihnen auch nicht helfen. Komm raus mit dir. Wollte ich hier nicht haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Team Grün und dann bauen wir ein Bett ab. Ja, Team Grün hat aber Gold gesaved. Ja, das sehe ich... Oh Gott, das ist tatsächlich so, Team Grün. Ja, das war vielleicht die falsche Wahl. Aber... So, Blau fliegt weg. Nauber. Ich glaube, ich hole mir auch mal so einen Magic Stick. Das habe ich irgendwie... So, der mit dem Bogen von Grün ist runtergeflogen. Nauber. Hol sie dir, Tiger. Ah. Ja. So, ich weiß gerade nicht. Scheiße, ich habe keine Spitzhacke. Ist es da unter? Ja. Ein Grüner fliegt und der andere Grüne rennt. Lauf vor... Nein. Ich habe ihn noch in der Luft erwischt. Echt? Ja. Beim Zurückfliegen so. Oh. Bester Schlag ever, Alter. Bester Schlag EU. EU, Digga. Wirst du eigentlich auch League of Legends? Nein. Noch nie gespielt. Ah, noch nie? Tatsächlich noch nie? Noch nie. Krass. Du bist doch eigentlich so jemand, der eigentlich so gut wie jedes Game schon mal gezockt hat, oder nicht? Aber das noch nie. Dafür habe ich aber Heroes of the Storm schon gespielt. Ist es gut? Das mochte ich tatsächlich gerne. Okay. Aber wie kommt es dazu noch in League of Legends? Hast du irgendwie... Machst du einen auf Hipster? Das ist... Ja, es wird zu Mainstream und... Okay. Also, ein Team ist schon gelieft wieder hier. Aber es lebt noch. Red. Ja, aber da muss man halt durch, wenn die Leute einfach lieben. Ich meine, dafür können wir ja einfach nichts. Wenn die da einfach rausgehen. Ein Roter ist geflogen. Nanananananana. Und der andere Roter auch. Bei Heroes of the Storm muss man sich doch auch gar keine Items kaufen, richtig? Items? Ja, bei League of Legends kann man sich so Items holen. Und bei Heroes of the Storm ist es, glaube ich, nicht der Fall. Ich habe keine Spitztakte. Ich komme, Muri! Ich komme! So, beide fliegt runter. Nein, natürlich fliegt der weg. Natürlich rettet er sich so. Nein! Nein! Nicht gold. Ja, er ist tot! Tot, 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 tot! Tot! Oh, ich habe sogar einen neuen Rekord hier aufgestellt. Wann ich auch? Dass ihr Kacker seid! Ah, ha, ha, ha! So. Wenn er Bad Games schreibt, dann muss man auch vernünftig antworten. So. Ja, ja. So. Oh, ja, es war eine... Oh, du bist gar nicht bei mir. Hier ist so ein Waffelskin. Ich weiß leider nicht, in welcher Lobby ich bin. Warte mal. Jetzt konnte ich nicht... Oh, jetzt willst du mich in der Silent laufen. Schade. Jetzt werden wir es nie erfahren. Ja, weil da war so eine Waffel. Ja. Also so ein Sturmwaffelskin mit meinem Kopf. Oh, geil. Aber nur dem Gesicht, das sah ziemlich pretty sweet aus. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Das war die Folge mit Paluten. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, lasst so eine Bewertung da. Guckt bei Paluten vorbei. Wir haben zwar eben ein Bad Game gehabt, ne, aber... Ich fand das gut. Ja, die haben Bad Game geschrieben. Ja, aber das darfst du dir ja nicht zu Herzen nehmen. Deswegen habe ich gesagt, dass die Kacke sind. Ich habe gesagt, dass die Kacke sind. Kacke. Ja. Hat der uns als Kacke beleidigt. Gut. Meins war ja eh nicht ernst gemeint. Bis dann und Tschüss. Ciao.